So, ein wunderschöner Herzlich Willkommen zurück zu Clicker Hero, ich muss jetzt noch die Browser starten, klick mal auf, upsala, so, da sind wir und dann würde ich mal sagen, Clicker Hero, accepted, so, weg, ja, zulassen, immer her damit, weg, so, ähm, ja, wir sind ordentlich weit gekommen, ähm, tatsächlich haben wir diesmal sogar weniger geschafft als davor, oh, das ist nur Gold, das ist ja langweilig, äh, wir haben es gerade mal bis 4,000, aber, lol, die ganzen Skills gehen einfach weiter, ist ja witzig, äh, wir haben es gerade mal bis 4,000 geschafft, also, ne, bei der vorherigen Transension, da waren wir ja bei, ne, bei 2,300, also, wir haben, naja, nicht mal das Doppelte geschafft quasi, ist zwar trotzdem schon apostrophisch viel, aber, ne, ich dachte ja, dass wir wieder das Weihalbwache schaffen, hat nicht geklappt, aber, ganz ehrlich, fuck off, das reicht locker aus, ähm, ähm, mir ist auch letztens ein witziger Bob aufgefallen, die bei den, äh, ne, bei unseren kleinen Helfern, die bringen irgendwie alle plus 0 Gold, ich weiß nicht, irgendwie scheinen die ab einer bestimmten Goldmenge ihren Geist aufzugeben, da scheinen die Berechnung nicht mehr hinzuhauen und die droppen einfach ins 0, ins Navada, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ihr Gold, im Vergleich zu dem Gold, was wir haben, keinen Effekt mehr hat und dadurch der Wert aus 0, ne, weil es normalerweise so, ähm, angenommen, wir haben 6e 18.000 und die haben zum Beispiel 6e 17.000, dann müsst ihr, um diesen Wert, mit dem Wert zu addieren, weil das Gold bekommen wir ja, müsste quasi, wie gesagt, die Werte normalisiert werden, das heißt, äh, der Wert müsste auf 1, äh, also auf e18 umgewandelt werden, das wären dann 0,000000, also 1000 Nullen und dann eine 1 e18 und dabei droppt der Wert halt möglicherweise in einen Bereich, den man mit Float oder ähnlichem nicht mehr bearbeiten kann und dementsprechend geht der Wert halt einfach auf 0, weil das halt im Vergleich zu dem, was wir bereits haben keinen Effekt mehr hat und dementsprechend effektiv kein Gold mehr bekommt. Keine Ahnung, ob es daran liegt oder ob es einfach allgemein ein Bug ist, dass die Berechnung des Goldes einfach irgendwann aufgibt oder sowas, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall, ja. Es ist nicht das erste Mal, dass ich diesen Bug habe, aber immer wieder schön. So, hier haben wir, achso, übrigens, ne, das Gold ist jetzt natürlich nicht verloren, weil das Gold, was wir bekommen, wird ja immer auf dem aktuellen Stand berechnet. Das heißt, wenn wir jetzt wieder transzenden sollten zum Beispiel, äh, oder auch gerade frisch es sendet sind, dann steht hier wieder ein Wert. Ist halt nur jetzt, ist halt kein Wert mehr. Also wenn wir es jetzt einlösen würden, würden wir halt nichts bekommen. Äh, gut. Genau, hier haben wir alle schon hochgelevelt. Mittlerweile sind wir sogar schon so OP, dass ich direkt am Anfang einer Ascension auf Moro gehen kann. Ich kann am Anfang alle komplett überspringen und direkt auf Moro gehen. Ich hoffe, es war alle trotzdem noch, weil die hier manchmal, äh, hier, ne, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, äh, wie heißt das, äh, Updates haben. Äh, Upgrades? Nein, doch Upgrades, genau. Äh, hier, ne, Gold und DPS und hier hat, der hat auch noch ein bisschen was von King Midias. Gut, der, wie gesagt, den könnte man eigentlich auch mit überspringen. Ähm, Tzuchi hat, glaube ich, ach doch, Tzuchi hat sogar sehr viel Gold. Ah, okay, der hat sogar sogar zwei gute Upgrades. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen diesen Web-Wett einfach immer da gelassen. Ach, der hier ist aber nur Eigenstärker. Die könnten wir also auch rausschmeißen. Und Moro, das ist, wie gesagt, die ist halt die allererste, die wir halt, ne, uns holen können aktuell. Und, äh, hat doch DPS für alle. Also, die einzigen, die rausfallen könnten mit der Zeit, wären dann Skoguo und Wett, Wett, Wett. Ähm, ja, jetzt aber sowieso nicht mehr, weil jetzt machen wir eine schöne, kleine ist Händchen. Und dann, nein, da oben. Äh, und dann machen wir eine schöne, kleine Trans-Händchen. Ähm, genau. So. Ja, wir bekommen, wir bekommen wunderschöne 8000 Händchen. Ähm, übrigens. Ach, die ist so, hätte ich noch zeigen können. Fuck. Ich wollte nur noch dran denken, jetzt ist es zu spät. Egal. Ähm, wir sollten wahrscheinlich doch, ne, hier, äh, ihn hier bevorzugt leveln, weil Babos ist der, der der derzeit am ehesten an die Grenzen stößt. Ne, wir haben zwar den gesamten One über, immer, äh, hier bei diesem Boss-Life, ist ja hier unten dieses Boss-Health, ähm, bei minus 400, ne, aber gerade, wenn ich halt in den sehr hohen Leveln war, man hat ja gesehen, ich war schon über Level 200.000, äh, danke dafür. Ähm, da haben wir denn halt immer noch 15 Monster-Health. Also, Boss-Health von 15 Monstern. Ähm, und wenn man mal bedenkt, dass das Minimum bei 15 liegen könnte, haben wir da so noch ein bisschen Reserve, die wir einfahren können. Deswegen nach der Transension auf jeden Fall ihnen noch ein bisschen hochleveln. Ich würde mal sagen, lange rede gar keinen Sinn. Wir machen mal hier direkt die Transension. Ich bin mal gespannt, auf welchem Wert das hier umsteigt. 25,30 haben wir derzeit. Und? 25,94? Okay, das sieht doch fast aus wie als wenn es gecappt ist, aber eher bei 26 Prozent und nicht bei 25 Prozent. Weil, die gleiche Staffelung hatte ich auch schon davor. Aber halt eben, normalerweise müsste hier ein Viel stehen. Das würde dann nämlich hinhauen. Dann heißt es, das ist doch gecappt, aber nicht bei 25 Prozent, sondern warum auch immer bei 26 Prozent. Das heißt, wir nähern uns, wie gesagt, dieses Cap bedeutet ja, dass man nicht bis dahin ansteigt und dann mit einmal nicht mehr, sondern man nähert sich diesem Wert immer weiter an. Das heißt, je näher man diesem Wert kommt, desto langsamer wird es. Und wir sind hier quasi gerne an dem Wert 26. Deswegen glaube ich auch fast, dass bei 26 dann Cap ist. Aber gut. Schade. Ich dachte, das Ding ist off my end. Na gut. So, lange rede. Achso, ich ziehe dich erst mal hier direkt loslegen. Wir wollen hier keines Herz verschwenden. Danke, 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 danke. So. Was wir tun. Achso, wir können auch gleich einen Finger hier auf den geben. So, dann können wir uns hier mal ordentlich austuchen. Wie gesagt, am aller, allerwichtigsten ist mir persönlich, ähm, eigentlich Babus. Das heißt, wir gucken mal. Der wird doch schon, der wird halt auch schon teuer, ne? Ich sag mal, so bis Level 80 machen wir den, einfach weil es sich lohnt. Und bei den anderen gucke ich mal, was, wie, was sich jetzt noch lohnen würde. Weil viel mehr, ne, gibt's hier auch gar nicht mehr, was sich hier noch effektiv lohnt. Ich meine, wir könnten den halt auf Level 1000 ziehen. Machen wir ein bisschen auch. Bevor wir da allzu lange drumherum überlegen. Und dann höchstens noch hier Primal Boss. Aber das hat halt auch kaum noch einen Effekt. Wir haben jetzt 2,5. Na gut, 3,6. Also immerhin ein Anstieg von fast 24, 25 Prozent. Äh, na gut. Ist ganz in Ordnung. Tja, ansonsten könnten wir jetzt noch die ganzen, die gerade mal auf Level 50 sind, noch auf Level 60 heben. Gut, hier unten, der hier unten, das macht halt absolut gar keinen Sinn mehr. Da sind wir weit im grünen Bereich. Aber ich würde gerne die beide, also hier zumindest Admin auf jeden Fall noch ein bisschen höher setzen. Weil da hatten, da hatte ich zuletzt auch nur noch hier unten bei Primal Chance, bei den ganz hohen Leveln, ne, also wie gesagt, so Level 200.000 und so, da hatte ich dann auch gerade mal noch 200 Prozent Primal Chance. Ich weiß, ist apostrophe viel, immer noch viel zu viel. Weil wie gesagt, bei 100 Prozent geht es nicht weiter. Aber, äh, je höher wir kommen, desto weiter geht das schon mal in die Knie. Ja, das heißt, ich schicke hier doch noch mal ein bisschen was nach. Und die restliche 5.000 gebe ich mir einfach mal auf, wenn ich dann merke, dass ich irgendwo wieder, ne, das ist wieder irgendwo harper. Habe ich noch ein bisschen was, um nachzuregeln. Ok, ok. Ähm, sehr schön, das wird bei dem Maximum vom Sinnvollen. Auf damit, ja. Äh, so. Und jetzt kommen wir mal alle ab, geht's hier. Na komm, na komm, na komm, dankeschön. So, dann geht's ab direkt zum Line, da, genau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, dankeschön. 1, 2, 3, 1, 2, 3, und dann gucken wir mal weiter. 1, 2, 3, 1, 2, ne, das wird nicht mehr funktionieren. Ne, schade, eigentlich, egal. Interessiert ja kein. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 9, 10, 9, 9, 10. Übrigens, ja, der Werte nimmt drastisch ab mittlerweile Weil ich einfach bei der letzten Ascension Die, wo ich mit Level 200 Wie siehst du, bei welchem Level kam ich überhaupt? Ja, 200 4.000, alter Scheiße Ich bin gerade dabei Mein altes Konto komplett zu überholen Also mein eigentliches Hauptkonto Digger, dass ich das im Let's Play schaffe Hätte ich nie im Leben gedacht Aber sowas von nie im Leben Aber da sieht man mal, wie mächtig Dieses Aktiv Spielen eigentlich ist Ah, da haben wir es ja Sehr schön So, Memmas Ja, hier, siehst du, so groß ist der Unterschied gar nicht mehr Ach du Scheiße, ey Wie gesagt, bei dem Konto Da bin ich hier bei 5.000 Und da fehlt nur Da fehlt nur noch 1.000 Das kriegen wir alleine in der Ascension jetzt wahrscheinlich schon hin Aber gut, okay, ich möchte Nicht zu hoch greifen, weil wie gesagt Dadurch, dass der Wert gecappt ist Wird es auch jetzt vielleicht langsamer Das heißt Ich bin froh, wenn wir 5.000 erreichen Aber so sicher bin ich mir dann nicht So, Today's Wait Machen wir mal direkt hier Wo geht das nicht? Ah, hat nur ein bisschen gang Okay, okay Genau Was ich eigentlich sagen wollte Ist, bei der letzten Ascension Da habe ich am Anfang 5 Mal Dieses Timelapse-Ding gekauft Für jeweils 8 Stunden Das heißt, ich könnte mittlerweile echt fast darauf gehen Jedes Mal einfach eine Quick Ascension zu machen Ist vom Rubinwert aufs gleiche Bringt noch unterm Strich Technisch gesehen das gleiche Naja Wenn es jetzt noch weiter geht Also Richtung 2.500 Also 250.000 oder sowas Dann wäre das sogar effektiver Andererseits hätte ich dann halt wieder das Problem Dass in der Liste Diese ganzen Ascension nicht auftauchen mehr Aber gut Das wäre halt verkraftbar Ne, weil wie gesagt Ich konnte mittlerweile bei der letzten Ascension Hier 5 Stück kaufen Und damit also 40 Stunden überspringen Was heißt das? Naja Ja, geil Das heißt vor allen Dingen Dass wir halt am Anfang 40 Stunden Leerlauf haben Bevor es dann überhaupt wieder einigermaßen los geht Das heißt, wenn man die Ascension Komplett normal spielen würde Ohne irgendwas überspringen Oder wie ist der Geier was Dann würde man einfach alleine für eine Ascension Also jetzt für die nächste Ascension Dann wahrscheinlich 2 Tage brauchen Um überhaupt wieder in dem Bereich zu kommen Wo man bei der vorherigen Ascension aufgehört hat Das ist einfach so absolut traumatisch So absolut Boah Ist schon heftig Ist schon Kannst du schon Kannst du ganz schön den Rubino ausgeben Kannst du da Das ist natürlich Vor allem Ich komme mittlerweile auch an den Punkt Wo ich mehr Rubino ausgebe Als ich durch Fische wieder bekomme Und ähnliches Na? Hat ich schon Net so geil So Hier mal ein bisschen nachsteigen Danke, danke Danke, danke Der ist gerade schon wieder ein bisschen träge hier Und das obwohl ich den Browser extra geschlossen hatte Das ist jetzt also eine frische Browser-Sitzung Aber trotzdem ist Flash halt einfach so kacke Dass das trotzdem hier noch ein bisschen Beatmungshilfe braucht Oh, das ist ja schon am Hopp Sehr schön Sehr, sehr schön So Dann kommen wir Wacken Maru Geht das Ganze Jetzt sogar schon gleich Ein bisschen schneller Bin ich sehr froh drüber So Hier oben haben wir alles Sehr gut Alter Wie ich einfach Wahrscheinlich In dieser Transvention Jetzt mein altes Konti überholen werde Übrigens Als Heldvergleich Zwischen der dritten Transvention Und der vorherigen Trans Oh, wir haben Level 100 Zwischen der Transvention Und der vorherigen Transvention Sind gerade mal zwei Tage Oder so vergangen Ja 48 Stunden Ähm Ich werde aber das wahrscheinlich Trotzdem Die Folge jetzt nicht Ne Wird die Folge jetzt Wahrscheinlich für euch Erst in der nächsten Woche Drangekommen sein Das heißt Die alte Transvention Die alte Folge Ist für euch schon eine Woche her Einfach weil ich derzeit Einen kleinen Puffer Aufbauen möchte Was folgentechnisch Und auch uploadtechnisch Angeht Ähm Und zum Anderen Organisatorisch Organisatorisch Ist es so Denke ich das Beste Und deswegen mache ich das auch Ja Du dass ihr da Bescheid wisst Halt also auch wenn die Folge Jetzt für euch Tatsächlich schon Einmal die Woche kommen Bin ich immer noch In der Phase Wo ich mehrmals die Woche Aufnehmen könnte Wo ich mehrmals die Woche Transzenden könnte Das ist ein bisschen sehr krank Aber es ist halt so Und da haben wir auch schon Frostleaf Dem Frostleaf Dem fällt die Blätter ab So steht er bereits So Okay Sieht eigentlich relativ gut aus Alles Sehr schön Gucken wir mal Bis wohin wir diese Ascension jetzt treiben Nein Ich wollte gerne darauf Dankeschön Perfekt So Jetzt haben wir auch alle Upgrades Alles was irgendwie Sinn macht Und so Sehr schön Tja Gehen wir mal Bis 1 E8 wieder Mal gucken Leider haben wir jetzt Von Anfang an nicht mehr Admin Ne Das Ist leider uns nicht vergraben gewesen Habe ich gestern vielleicht doch gekämpft Ne 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 Gestern habe ich nicht gekämpft Schade Weil Admin wäre jetzt Jetzt schon so ein geiler Dude Würde uns halt Extrem schnell die Hyrosolts Ein Dingsabumstang Was so immer Das war in der vorherigen Transension Schon richtig krank Direkt mit Admin zu starten Und dann Einfach alles zu zerlegen Was irgendwie geht Weil wir einfach bei jedem Boss Das Dingsabumstang bekommen haben Siehste wie wäre es jetzt eigentlich Wenn ich jetzt wie specke Wie viel Wie viel Würde ich denn zurückbekommen 75% Grad mal Das ist aber wenig Das heißt ich könnte den hier locker auf Level 3 bringen Das wären 45% plus Macht das Sinn Nicht wirklich Vor allem jetzt schon nicht mehr Das hätte ich direkt bei Level 100 machen müssen Denn Ach Kacke Tja so ist das mit dem 1E8 doch vielleicht ein bisschen schwer Weil wie man sieht Wie gesagt Die meisten Bosse sind keine Panel Bosse Was traurig ist Aber es ist halt so Da kannst du nichts gegen tun Gegen machen Meinen ich doch Das heißt wir sollten nach der Transzente Wirklich immer eher auf Atmen gehen Und ich sollte vielleicht doch dafür sorgen Ah wieder feine los Oh wow Digga hä Wir hatten doch gerade mal noch 2E7 Warum haben wir jetzt direkt 9E7 Wie viel haben wir denn gerade bekommen bei dem Äh Okay Ich bin gerade nicht so ganz sicher Ob das ganz legit war Ähm Was Achso Ich dachte gerade ich muss Transzenten Um die freizuschalten Aber Das macht überhaupt keinen Sinn Aber ne ist ja immer erst Nach den Aszenten The Feuerbus Ähm Was wollte ich gerade sagen Ja keine Ahnung Auf jeden Fall haben wir mittlerweile fast 1E8 Easy No problemo So Kommt noch ein paar mit Boss Aber es fängt auch langsam an langsam zu werden Ja Es fängt auch langsam an langsam zu werden Er hätte schon direkt 2E8 Kann das sein Kann das sein, dass der Wert immer noch nicht ganz fehlerfrei ist und der Internet mit viel mehr rechnet Ist ja das ist ein Anstieg von fast 100 Prozent Von ein Boss zum nächsten Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn Okay Ich möchte hier ein bisschen drauf achten Wir machen mal ein paar Upgrade rein Oh Wir haben jetzt 2,4E8 Oh Wie viel bekommen wir jetzt beim nächsten Boss? Das ist natürlich kein Primal Boss Schade eigentlich Na komm Gib mal wieder einen Primal Boss hier So So 2,8E8 Das ist gefühlt viel zu viel So 2,8 2,8 Das war schon wieder kein Primal Boss Schade eigentlich 2,8E8 2,8E8 Ah Ich will ja kein Primal Boss Was ist hier los? Irgendwie glaube ich Dass das gerade mal 25 Prozent sind Das kann ich hinhauen Oder kann es sein Dass diese 25 Prozent Für alle Bosse Also dass immer Bei jedem Boss Um 25 Prozent Wert erhöht wird Egal ob es ein Primal ist oder nicht Ja Jetzt haben wir hier schon wieder 5,7 Das ist Das ist eine Steigerung von 100 Prozent Von mehr als 100 Prozent Also entweder lügt der Werte komplett Und wir müssen die bereits 100 Prozent haben Oder aber er erhöht bei jedem Fünften Level Das um 25 Prozent Egal ob es ein Primal ist oder nicht Das kann natürlich auch sein Das müssen wir Das müssen wir Vila-Alva-Vala-Luieren Vila-Vila-Vala-Vala-Vila-Lalian Äh Lalalala Was? Äh genau So Okay Wir müssen jetzt Äh ich 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 Wenn die Folge jetzt ein bisschen länger wird Das würde ich mal gerne mal gucken Das ist doch verrückt Das ist doch Aber kurz Level 20 Okay Wir gehen direkt auf Level 20 Ah ne Ja eben Wir waren belätzt Und was hat draußen los Äh Level 30 Geht Ach komm Warum nicht So Wo ist der gute Admin? Äh Guck mal Kamaru Da Der bekommt 27 Level Booyah So Und jetzt gehen wir einfach mal Beat hier Das würde ich gerne schon Äh Wissen Was da jetzt zur Hölle abgeht Äh Weil das ist ein bisschen krank So Dann bekommt die hier auch gleich 1000 Level Oder waren es 10.000 Level Ich weiß es ja gar nicht mehr Ich glaube das waren 10.000 Level Ja das waren 10.000 Level So Äh Am besten mache ich erstmal um die Clicker Die sind gerade am wichtigsten 1 2 3 4 Dankeschön Dankeschön Dich können wir auch nicht mal auf Level 20 schicken Mit Trezor Chests Gerne Äh 10.000 Dich mache ich mal auf Level 1000 So Hier wieder auf 10.000 Hä Habe ich gerade irgendwas Oh Zum Zellab Das war gerade lieber Tass Der Typ Die keiner braucht Egal Ich habe Gut Der ist eigentlich auch uninteressant Den lasse ich ein bisschen auch mal Hier unten auch alle Okay So jetzt haben wir schon mal Und jetzt würde ich mal gucken Jetzt müsste jeder Boss Parallel Boss sein Jetzt würde ich mal gerne gucken Wie der Wert ansteigt Weil das kann nicht Das kann nicht hinhauen Das kann so nicht ganz hinhauen Gleich haben wir Level 100 Gleich geht es los Okay Okay Eine Hebo Was auch logisch war Also 1 E6 Okay 1,1 E6 Okay Okay gut Dann ist doch alles in Ordnung Ja 1,4 E6 Okay Das heißt also doch Pro Boss Wird das immer Also Alle 5 Level Wird der Wert Um diesen Wert erhöht Und nicht nur Wenn es ein Primal Boss ist Weil bisher ging ich davon aus Dass das quasi Pro Primal Boss Der Wert um 25% Zum nächsten Primal Boss dann erhöht wird Aber scheint dann wohl Doch nicht so zu sein Aber gut Dann ist ja alles im grünen Bereich Dann ist ja alles doch Relativ legitim Was natürlich auch intern Irgendwie auch Sinn macht Weil es sich so sogar Leichter berechnen lässt Weil sie muss da keinen Wert haben Den der mitlaufen lässt Sondern kann die Werte Quasi einfach direkt Aus dem aktuellen Levelwert berechnen Mit dem man nämlich einfach sagt Okay Der aktuelle Wert Wird berechnet Indem man Ne Ich weiß nicht Ob ihr euch mit Exponentialfunktionen auskennt Aber es wäre dann quasi Einfach nur Der Wert hier in der Basis Und das aktuelle Level Durch 5 Als Exponent Und so kann man es halt Viel leichter berechnen Als wenn man das wirklich Bei jedem Boss Manuell nachzählen müsste Von daher wäre das so halt Durchaus sinnvoll Oder Ne Macht das halt so Viel mehr Sinn Trotzdem denke ich bisher Da nicht davon aus Weil man halt so Halt Ne Mehr bekommt Als Ich dachte Jutchen Da würde ich mal sagen Haben wir es auch eigentlich Alles gemacht Ich level bloß noch Die fücher dann irgendwann mal hoch Beziehungsweise können wir es eigentlich Auch gleich machen Ganz ehrlich War auch nicht So Die anderen schicken wir All auf level 20 Einfach because it's funny Dann haben wir die drei Jetzt kommen die nächsten drei Da haben wir Da habe ich aber schon einen Deswegen auch mittlerweile Jeder Gegner einfach Eine gold truhe ist Wunderbärchen So hier kommen die beiden Viecher Jetzt kommt wieder zwei Da haben wir aber Kamaru bereits Also wieder nur ein Und jetzt kommt die restlichen drei Mittlerweile habe ich mich an Die an dieser neuen Ordnung hier Züger schon relativ gut gewöhnt Und ganz ehrlich So ist es auch viel einfacher Einfach mit einmal Alle zu kaufen Als mich da durch zu klicken Von daher ist es auch Eine arbeitersparen Muss gut Ich habe zwar dafür Immer den typen Den ich hier immer Getrost ignorieren muss Hier den typen Diesen mogulis Den ich getrost ignoriere Mal gucken Vielleicht bringt es auch Irgendwann Tatsächlich einen Spürbaren effekt In hier zu benutzen Aber ganz ehrlich Es ist halt Eine angriffsstärke Gewinnung Von zehn prozent Das ist halt Ob ich nun 4 E4000 DPS Oder 4,4 E4000 DPS habe Es ist in der praxis Halt so Absolut Useless Ich kriege damit Nicht mal Ein boss Wett gemacht Nicht mal Einen einzigen Boss Also das ist Deswegen Mogulis Ist für mich So komplett Den kannst du Mogulis Ist so ungefähr Wie diese drei Reiter Die kannst du In der praxis Einfach getrost Löschen Irgendwann gibt es Garantiert Zum patch Vier Klicker Heroes Wo einfach Er und die Drei Verschwinden So komplett Einfach Komplett So Genug Aufgeregt So Mach mal Vielleicht Zehn Tausend Level Bisschen Sehr Teuer Ich mach mal Den bis 30.000 Den bis 30.000 Und den Typen Bis 30.000 Die Haben es Verdient Am Ersten Und dann Mach ich Noch Unsere Bein Gold Die Wichtig Sind Auf Jeweil 20.000 So Mehr Aber Nicht Und Alle Anderen Sind Sowieso Komplett Unwichtig Dafür Noch Keine Skills Oder Ähnliches Benutzen Also Kennen wir Zwei Benutzen Aber Die Bring Hat Nicht Weil Eine Wirkzeit Von 60 70 Sekunden Ist So Komplett So Warum 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 Tue Eingung Einzel Sind Noch Die Eidler Woll Die Brauche Ich Noch Nicht Frühstens In A Also Genau Die ganzen Eidler Also Wissen 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 Alles Wunderbar Sehr Schön Auch Schön Wissen Was So Dann Kümmern Sie Uns Ein bisschen Um Vergoldung Hier Dankeschön Dankeschön Ein paar Dürfen Mittlerweile Zusammen Haben Ja Doch Sie Das Richtig Schön Hier Durchgehend Gelb Sehr Gut Dann Mal Ein bisschen Zusatz Stärken Und Wie sieht es Derzeit Aus Beden Stats Boss Helf Schon Zweifach Oha Äh 35 Monster Protone Ist Relativ Gut Ja 100% Permit Chance Natürlich Auch Klärchen Ja Merkt Man Schon Das Was Am Ersten Knackpunkt Ist Ist Dieses Boss Helf Das Da Werde Ich Wahrscheinlich Am Ersten Nach Steuern Müssen Weil Da Ist Ich Vergleichbar Zu Machen Müsst Ich Die Das Quasi Auch Auf Level 30 Heben So Wird Man Überhaupt Vergleichen Kann Aber Ich Und Daran Schon Wie Sagt Das Babos In der Regel Immer Der Ist Der Jetzt Bei Den Hohen Level Gerade Wenn Ich Jetzt Wie Sagt So Wieder Richtung 200.000 Gehe Ist Das Mit Dem Boss Health Das Was Am Ehesten Zum Knackpunkt Wird Und Dementsprechend Babos Der Den Ich Am Ersten Level Muss Und Da Ich Natürlich Nicht Weiter Level Kann Als Geht Muss Ich Das Über Den Outsider Machen Der Mittlerweile Leider Sehr Teuer Wird Allein Für Den Nächsten 10 Level Wären Das Bereits 800 Das Heißt Um Den 20 Level Zu Level Müsste Ich Noch Gut 18.000 Aus Gehen Was Labe Ich Erstens Nicht 18.000 Sondern 1800 Und Zweitens Nicht Heroes Holt An Agent Zoll Also Ich Müsste 1800 Agent Zoll Aus Gibt So Digga Wenn Man Schneller Spricht Als Man Überhaupt In Die Lage Ist Zu Kanken Ja Jutschen Da Wird Man Sorge Können Das Ganz Ist Einfach So Direkt Stehen Lassen Und Dann Ja Easy Macht Da Wieder Für Alleine Weiter Gut Dann Würd Man Sagen Ich Verabschiede Mich Und Dann Sieht Man Sich Irgendwann Mal Später Wieder Dem Sinne Schau Mit V